Das ist Acquaint. Acquaint ist neu, es ist anders und es ist ziemlich genial. Acquaint ist nicht wie die üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, es ist wie Wasser. Und es enthält keine gefährlichen Chemikalien oder Bleichmittel und das ist gut. Somit ist es unbedenklich für Sie, für Ihre Familie und sogar für die Umwelt. Auch das ist gut. Es ist gut, weil es reinigt und gleichzeitig 99,9% der Bakterien tötet. Es reinigt die Hände, den Körper, Babyflaschen, Schnuller, Spielzeuge, Möbel und es erfrischt und beseitigt sogar Mund- und Körpergeruch. Auf natürliche Art und Weise. Auch das ist gut. Dies geschieht mit Wasser und etwas ziemlich Cleverem, das unser Körper auf natürliche Weise produziert. Eine Substanz, mit der unser Immunsystem Krankheitserreger bekämpft. Unser körpereigener Erregerjäger. Dieser clevere Erregerjäger ist wissenschaftlich unter dem Namen Hypochlorige Säure bekannt. Ja, Sie haben richtig gehört. Eine Säure hört sich beängstigend an, aber das ist es nicht. Denn es ist keine böse Säure, die ätzend wirkt. Es ist eine natürliche Säure, so wie die, die unsere Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Oder die Säure, welche in Zitrusfrüchten zu finden ist. Diese großartige, natürliche Säure arbeitet jeden Tag in unserem Körper, um böse Bakterien zu bekämpfen. Und wir haben eine ziemlich clevere Lösung gefunden, um diese tolle natürliche Säure, zusammen mit Wasser, in wirklich coole Flaschen abzufüllen. Wenn Sie also etwas mit Acquaint reinigen, tötet diese geniale Säure nicht nur böse Bakterien in wenigen Sekunden, sondern sie löst sich danach vollständig auf und lässt nur Wasser auf der Oberfläche zurück. Keine Chemikalien, kein Alkohol, gar nichts. Es muss nicht einmal ausgespült oder weggewischt werden. Wir haben Ihnen ja gesagt, dass Acquaint genial ist. Acquaint. Natürlich, stark, sicher. Und sogar in schönen Flaschen erhältlich.